Hi, mein Name ist Greta, ich bin Campusspezialistin an der Uni Potsdam und heute zeige ich euch den Campus am Neuen Palais. Das Neue Palais liegt am westlichen Ende des Parc Sanssouci. Seit 1991 befinden sich Räumlichkeiten der Universität Potsdam in den Nebengebäuden des Museumsschlosses. Erbaut wurden sie als Wirtschaftstrakt des Gästeschlosses von Friedrich den Großen. Genutzt wurden sie aber auch von Bediensteten und BürgerInnen, die dort unterkamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Brandenburgische Landeshochschule die Gebäude genutzt und seit 1990 gehören sie außerdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Haus 19 ist das Institut für Anglistik, Amerikanistik und Romanistik vertreten. Außerdem findet ihr hier das CESCO, das Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen. In Haus 1 befindet sich das Institut für Künstler und Medien und das Institut für Slavistik. Hier stehe ich vor Haus 2. Hier befindet sich das Institut für Jüdische Theologie, das ZIM, also das Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement, sowie die Poststelle. Hinter Haus 2 findet ihr die Druckerei des ZIMs, falls ihr mal größere Druckaufträge habt. Hinter Haus 2 befinden sich außerdem die Seminarräume des Haus 22 und diverse Sportplätze. Auf den Sportplätzen finden zum einen Veranstaltungen des Unisports, aber auch Praxisteile der Sportstudiengänge statt. Haus 3 befindet sich an derselben Straße wie Haus 1 und 2. Hier findet ihr das Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, sowie das Dezernat für Haushalt und Beschärfung. Direkt hinter Haus 3 befindet sich der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Potsdam. In Haus 5 befindet sich das Institut für Germanistik. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, wo Haus 4 geblieben ist, aber das gibt es eigentlich im Campus nicht. In Haus 12 findet ihr die Hochschulambulanz, den Strukturbereich Kognitionswissenschaften, das Department für Sport- und Gesundheitswissenschaften, im Forschungsschwerpunkt Gesundheit, Reiten- und Spitzensport. Hier befinden wir uns im Innenhof von Haus 12. Hier findet ihr außerdem Sporthallen, Gymnastikräume und Juderäume. Außerdem findet ihr hier den Hintereingang der Mensa und den Außenbereich zum Sitzen. Das Institut für Philosophie In Haus 11 befindet sich das Institut für Philosophie, das Dekanat der Philosophischen Fakultät, das Historische Institut, die Klassische Philologie, das Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft, sowie das Institut für Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. In Haus 9 findet ihr das Büro des Kanzlers und des Präsidenten der Uni Potsdam. Außerdem findet ihr das Referat der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Hörsaal- und Seminarräume. In Haus 10 findet ihr einen der drei Standorte der Universitätsbibliothek am Neuen Palais. Am Neuen Palais gibt es drei Bibliotheksstandorte in Haus 9, 10 und 11. Hier stehen wir im Innenhof von Haus 8. Hier findet ihr unter anderem die psychologische Beratung der zentralen Studienberatung. Außerdem findet ihr hier das Dezernat für Studienangelegenheiten, Studierendensekretariate, die zentrale Studienberatung, das International Office, sowie das Prüfungsamt. Das Auditorium Maximum der Universität Potsdam bietet gut 400 Menschen Platz. In Haus 8 befindet sich außerdem das Zim Service Center, sowie die Puck-Validierungsstation. Rechts vom Service Center des Zims findet ihr die Cafeteria, die etwas länger geöffnet hat als die Mensa. Schreck gegenüber von der Puck-Validierungsstation findet ihr die Puck-Aufladestation, wo ihr Geld auf euren Studierendenausweis laden könnt.